Heute startet die zweite Season in Dragonflight und in dieser werden wir auf drei neue Affixe treffen und uns erwarten ebenfalls ein paar Änderungen. Mit diesen Änderungen möchte Blizzard uns ein neues Spielerlebnis geben im Vergleich zu Season 1. Was ihr also wissen solltet, erkläre ich euch in diesem Video kurz und knapp. Fangen wir doch zunächst mit der größten Änderung an. Der Seasonal Affix wird abgeschafft. Damals wurde er hinzugefügt, damit sich die Dungeons nicht immer gleich anfühlen von Season zu Season. Aber da wir jetzt immer wieder wechselnde Instanzen haben, wird dieser nicht mehr benötigt. Beben, schrecklich und explosiv müssen uns leider verlassen. Zuerst wollte Blizzard vulkanisch entfernen, jedoch war der Aufruf der Community so groß, dass sie darauf hören mussten und dadurch haben sie sich dann umentschieden. Denn soll doch mal jemand sagen, dass Blizzard nicht auf die Community hört. Mit Season 2 ändert Blizzard ebenfalls das Keystone Level der Affixe. Afflicted, Inspiring, Volcanic, Entangling und Storming treten erst da plus 7 auf. Spiteful, Raging, Bursting, Bullstring und Sanguine erst ab plus 14. Somit sind ab allen Keys bis plus 14 nur zwei Affixe. Zudem wurde der Affix wütend überarbeitet. Nun werden die Ziele ab 30% HP nur noch immun gegen CCs. Kurz was in eigener Sache. Wollt ihr meinen Kanal unterstützen, denn schreibt doch gerne Kommentare und hinterlasst Likes auf meinen Videos. Denn so unterstützen mich sehr, dadurch wird der Algorithmus nämlich gepusht. Ich sag jetzt schon mal vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und weiter geht's. Fangen wir an mit Afflicted. Dabei erscheinen betroffene Szenen während des Kampfes. Nach 10 Sekunden wirken die Szenen die Fähigkeit gequälter Schrei, wodurch die Gruppe ein Tempo-Debug verhält. Diese können wir entfernen, indem wir den Status-Infekt entfernen oder wir sie vollheilen. In Corporal oder auf Deutsch körperlos. Dabei spawnen im Kampf ein paar Ads, die als Totems zählen. Sprich Aoe-Fähigkeiten haben keinen Effekt auf diese. Was ebenfalls tatsächlich ein Vorteil ist, da wir sie somit nicht aus dem CC rausholen, wenn wir Aoe-Fähigkeiten wirken. Nachdem das Ads spawnt, ist es 20 Sekunden anwesend und wirkt die Fähigkeit Destabilisieren, wobei das betroffene Ziel 50% weniger Schaden und Heilung verursacht. Wie lösen wir nun dieses Problem? Indem wir mit Fähigkeiten wie Verbannung vom Hexenmeister oder Paralyse vom Mensch dieses Ads CC'en. Da dieses Ads alle Typen wie Biest, Human, Untod und Dämonen haben, gibt es eine große Auswahl an Fähigkeiten, um diese zu CC'en. Entangling ist wohl der Afix, der mir am meisten Sorgen macht. Dabei erhalten wir einen Debuff mit dem Namen Verstrick, der uns für 8 Sekunden lang um 50% verlangsamt und nach dieser Zeit werden wir für 3 Sekunden gestunt. Das können wir umgehen, indem wir uns 10 Meter von der Quelle entfernen oder wir haben Fähigkeiten, die diesen Effekt entfernen. Dies können zum Beispiel Geisterpfoten von Schamanen sein oder unaufhaltsamer Tod vom Todesritter. Aber was ist wohl meine Meinung zu den Änderungen? Ich finde es super, dass Blizzard versucht, neuen Wind im Mythisch Plus zu bringen. Auch wenn sich die Afixe sehr anstrengend anhören, finde ich es gut. Alles fordert wohl seine Gewohnheit, aber letzten Endes denke ich, dass das Ganze in Ordnung sein wird. Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. Was ist eure Meinung zu den Afixen? Hättet ihr lieber komplett neue Afixe oder wollt ihr lieber mit den alten, gewohnten Afixen spielen? Schreibt es mir doch gerne unten in die Kommentare. Ich wünsche euch noch viel Spaß und Erfolg. Ciao! Auf Wiedersehen!